Wir vom Verein Palm Track Muttens sind schon sehr weit gekommen. Jetzt brauchen wir eure Unterstützung, damit hier ein Palm Track entsteht. Ich würde gerne meine Freunde treffen. Für den Palm Track würde ich gerne meinen Tricks lieben. Ich würde meinen Brotifon freuen. Ich freue mich auf den Palm Track. Wir könnten Spass machen. Wenn wir die Kosten des einzigartigen Projekts in der Region vollumfänglich bezahlen müssen, sind wir auf eure Hilfe angeweisen. Wir konnten einen grossen Teil durch Sponsoring und Unterstützungsbeiträge reinholen. Aber es fehlt immer noch ein Rest, damit wir hier eine Palm Track bauen können. Darum wären wir extrem dankbar und ganz froh würdet ihr uns helfen. Hier etwas zu machen für Kinder, Jugendliche, Grosspapis, Mami und alle, die Spass haben auf einem Palm Track rumzufahren. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bitte helfen uns!